schönen guten morgen und ein herzliches willkommen zu einem neuen infovideo zu stellaren denn meine lieben die webseite auf dort wurde aktualisiert es gibt neue images neue bilder auch neue infos und wenn ihr euch jetzt das hier so anschaut und denkt oh das schaut ja schon ziemlich final aus dann will ich euch das gleich mal vorweg geben am 28 november spricht gestern am dienstag hat das spiel die early access phase verlassen und die version 1.0 sollte im ersten quartal 2023 auf steam erscheinen für alle hier die info für alle die das spiel schon gebackt haben unterstützt haben vor abgekauft haben sollen bitte dem entwickler über die über die adresse hier die rechnung zukommen lassen und dann bekommt ihr auch einen key für steam führer für das spiel ich werde euch die ganzen infos mal vorlesen auf deutsch ich bin ja von den bildern voll begeistert muss ich sagen das ist ein in die 4x weltraum strategie spiel mit runden basierten im imperium management und strategischen echtzeit kämpfen in einem an anpassbaren 3d sternen haufen stellen system galaxie baue ein interstellares imperium auf in dem du sternensysteme kolonisiert und eroberst entwickelt eine kolonie erinnere handel handelsrouten und baue flotten aus einer reihe von nachrüstbaren schiffen der capital und begleiter klasse also ok erinnere einrichten wieder da wahrscheinlich mein sie erkunden sonnensysteme bauen ihre mineral reichen astroidenfelder abgründen kolonien und entdecken welten bauen ihre verteidigungsanlagen auf und verbinden sie über handelsrouten mit der zivilisation die kolonien des imperiums werden unter eurer führung von bloßen siedlungen zu geschäftigen megastätten wachsen während ihr während ihr ihre entwicklung finanzieren und für sicherheit sorgt um ihren ihre zustimmung zu erhalten sie werden ihre feinde in epischen taktischen echtzeit schlachten mit einer vielfältigen flotten von schiffen capital und begleiter kassen bekämpfen die jeweils mit einzigartigen technologien und waffen nach ihrem design ausgestattet sind du brauchst eine weltraum streit du brauchst deine weltraum streitkräfte orbital und boden verteidigung um deine domain vor rivalisierenden imperien und bedrohungskräften wie beraten sektoiden und mich maschinen ki flotten zu schützen die die sterne durchstreifen sie können werften stationen in ihrem ihren sonnensystem bauen um forschungsbonien zu meinen und zu erhalten sowie statische verteidigungsanlagen die orbitale waffen plattformen um sie zu schützen sie können handelsrücken für den in und außenhandel mit mit produzierten waren sowie für den transfer von ressourcen zwischen kolonien einrichten du kannst mehrere technologien gleichzeitig aus 22 forschungsbäumen erforschen eine für jedes der spielfunktionen von salas und seine waffen typen sie können diplomatische möglichkeiten nutzen die basierend auf der beziehung scale zwischen zwei imperien angegeben sind ich bin begeistert musik sein sollte gibt sich das so viel mühe und das spiel ist wirklich toll muss ich ganz ehrlich sagen vom ersten mal wo ich es gesehen habe war ich schon fasziniert und jetzt dann mit der entwicklung hier quasi mit zu arbeiten und dem soll dann zu helfen beim wirklich ein tolles spiel draus zu machen ja dass das hätten schon ein bisschen meine brüste muss ich sagen und es macht freude es macht echt freude so mein ich würde am liebsten heute am mittwoch zur feier der jahr des veröffentlichungstermin oder besser gesagt der das ende des early access würde ich gern mit einem live stream feiern somit werde ich heute am abend einen live stream machen mit stella sovereign eineinhalb stunden voraussichtlich um ja und der community und dem jens die die möglichkeit nicht vorab wegzunehmen dass sie nicht dabei sind dachte ich mir ich sag's gleich mal bitte jens sei mir nicht böse ich hoffe du hast dann trotzdem spaß wenn du das video anschaust und wir sehen uns dann live am sonntag wieder da wünsche ich euch mal alles liebe dankeschön fürs zuschauen kauft euch das spiel für 25 dollar das ist es echt wert ich muss sagen ein early access titel sollte bei mir zwischen 20 und 25 euro drinnen liegen je nach entwicklungsfortschritt und das spiel ich selbst habe es jetzt vor 286 tagen gekauft hier steht und ich habe keinen tag bereut es hat zwar eine zeit lang gedauert bis ich reingekommen bin aber wenn es euch auch so geht dann bitte benutzt doch meine tutorial videos auf meinem kanal die werden euch sicher helfen dann sehen wir uns beim nächsten stream oder video meine lieben euer eitern baba